Die Loreto-Kapelle ist ein Teil der römisch-katholischen Augustiner-Kirche im Erste Wiener Gemeindebezirk Innere Stadt. Als Nachfolgerin einer älteren Stiftung befindet sich die Kapelle zu Ehren der Heiligen Maria von Loreto seit 1784 in der südlich an die Kirche anschließenden Kapellengruppe, zu der auch die Georgs-Kapelle mit den Grabmählern für Graf Dauen, Giraffen, Suiten sowie dem leeren, von Zauner gearbeiteten.Sarkophag für Kaiser Leopoldi.Gört. Besondere Bedeutung erlangte die Loreto-Kapelle der Augustiner-Kirche durch die Herzbestattungen von Mitgliedern des Hauses Habsburg. Geschichte Gründung Die erste Loreto-Kapelle in der Augustiner-Kirche wurde durch Kaiserin Eleonora Gonzaga gestiftet, die Gemahlin Kaiser Ferdinands II. Die Stiftung erfolgte 1627 analog zur Waldsteinischen Stiftung auf dem Ratschin in Prag. Die drei Architekten der Kapelle mussten auf ihren Wunsch im Jahre 1624 die Santa Casa in Loreto genau studieren. Um diese in Wien in derselben Form nachbauen zu können, sie entstand im Mittelschiff der Hofkirche von St. Augustin zwischen den ersten drei Pfeilerpaaren und entwickelte sich als Ort der Marienverehrung zu einem Privatheiligtum des Kaiserhauses. Die Maße dieser Kapella lauretana entsprachen den Originalabmessungen des Santa Casa in Loreto von 9,25 pro 4,1 Meter bei einer Höhe von ca. 5 Meter. Nach Art-Orientalist-Scherhäuser bestand die Kapelle aus Bruchsteinen, die Mauern waren unverputzt. Im Inneren befand sich ein umgehbarer Altar und in der dahinterliegenden Mauernische eine Marienstatue mit dem Jesuskind aus Zedernholz. Am 12. September 1627 konnte die Kapelle von Franz Kardinal von Dietrich Stein im Beisein des Kaiserlichen Hofes geweiht werden. Kaiserin Eleonora Gonzaga beschenkte die Kapelle mit kostbaren Gegenständen aus Gold, Silber und Edelsteinen und bestimmte die Herrschaft Walpersdorf als Liegenschaft zur Versorgung der Kapelle mit jährlich 400 FL. Kurz vor ihrem Tod stiftete sie weitere 8000 FL zur Erhaltung der Kapelle. Privatkapelle der Habsburger Im Laufe der Zeit wurde die Loreto-Kapelle in der Augustinerkirche zum wichtigsten Wallfahrtszentrum der Wiener und des Adels. Die Augustinerkirche selbst wurde im Jahre 1634 zur Kaiserlichen Hoffahrkirche erhoben und die Loreto-Kapelle erhielt den Rang einer öffentlichen Privatkapelle des Kaiserhauses. Kaiser Ferdinand II. pflegte hierfür den siegreichen Ausgang seiner militärischen Kampagnen zu beten. In der Folge bürgerte sich der Brauch ein, dem Feind abgenommene Feldzeichen, Fahnen und Siegestrophäen der Mutter von Loreto zu weihen und in der Kapelle aufzustellen. Die erste Hoftrauung, die in der kleinen Kapelle stattfand, war 1631 die des späteren Kaisers Ferdinand III. mit der Infantin Maria Anna von Spanien. Seine und die Hochzeit seiner Schwester Cecilia Renata sind die einzigen Trauungen, die in dieser kleinen Kapelle stattfanden. Aber auch in der Folge fand in der Augustinerkirche keine Hoftrauung ohne vorausgehende Andacht in der Loreto-Kapelle statt. Die Frauen aus dem Haus Habsburg beteten in der Kapelle um Nachkommenschaft. Und hier wurden die ersten Andachten der kaiserlichen Mütter nach der Geburt ihrer Kinder abgehalten. Noch Maria Theresia ließ 1756 dk Sekunden Gewicht ihres jüngsten Sohnes Maximilian Franz in Gold aufwiegen und auf den Altar der Hausmutter des Erzhauses Österreich in der Loreto-Kapelle legen. Bestattungsort der Habsburger Die Loreto-Kapelle wurde zum Bestattungsort der Habsburger, als Ferdinand IV. hier sein Herz beisetzen ließ. Er hatte die Gottesmutter Maria zu Lebzeiten besonders verehrt und testamentarisch verfügt. Das sein Herz unser lieben Pfarr, wenn Maria zu Loreto unter ihre Füße legen und begraben sollte. Bis dahin waren die Herzen der verstorbenen Habsburger meist neben dem Leichnam im selben Sarg oder im Steffensdum bestattet worden. Als Ferdinand IV. starb, wurde sein Leichnam noch am selben Abend seziert. Sein Herz in einen Becher gelegt und während der feierlichen Aufbahrung neben dem Körper auf dem Schaubett ausgestellt. Einen Tag nach seinem Tod erfolgte um 9 Uhr abends die Übertragung des Herzens in die Augustiner Kirche, wo es in einer schlichten Feier bei der Marienstatue in der Loreto-Kapelle beigesetzt wurde. Die späteren österreichischen Habsburger behielten diesen Brauch bis ins 19. Jahrhundert bei. In einem Hofrecht aus dem Jahr 1754 heißt es über den Brauch von der Werteilung des Leichnams zur Beisetzung an verschiedenen Orten etwa. Bei dem erzherzoglichen Hause Österreich haben jedes Mal drei Kirchen in Wien an dem Leichnam eines regierenden Herrn Anteil. Die Körper der verstorbenen Monarchen und ihrer nächsten Angehörigen wurden in der Kapuziner Gruft bestattet. Die Herzen in der Loreto-Kapelle der Augustiner Kirche und die Eingeweide in der Herzogsgruft im Stephensdom. Die Organe wurden in Seidentücher gehüllt, in Spiritus eingelegt und die Behältnisse zugelötet. Die Herzgruft bestand bis 1784 aus einer kleinen mit Marmor ausgekleideten Kammer im Fußboden hinter dem Altar und der Mauernische mit der Muttergottesstatue. Die Kammer, in die die Herzunnen gestellt wurden, war ca. 40 cm tief. Eine eiserne und darüber eine Marmorne Platte bildeten den Verschluss. Von diesem alten Sepulchrum gibt dieser Kristallchronik der Augustiner Kirche folgende Beschreibung. Das Grüftel, wo die Herz, deren Kaisern und Gesamten von Haus Österreich stehen, ist in der Loreto-Kapellen unter unserer lieben Frauen vor dem Kamin. Unter dem Pflaster befindet sich eine Platten. Drei Schü sechs Zoll lang und drei Schü vier Zoll breit, worunter von Stein das Grüftel, wie ein Drügerl, soe und er halben Schü tief. Zwei Schü zehn und ein halbes Zoll lang in Licht und zwei und ein halben Schü breit in Licht, worren sich die Bockhol mit den Herzen befinden. Bis zur Verlegung der Loreto-Kapelle an ihren heutigen Standort wurden in der Herzgruft 21 Herzen von Mitgliedern des Hauses Habsburg beigesetzt. Regotisierung der Kirche Im Zuge der Regotisierung der Kirche im Jahre 1784 bei der Johann Ferdinand Hetzendorf von Hohenwager als Bauleiter agierte, wurde die seit 1627 im Mittelschiff stehende Loreto-Kapelle geschleift. Auf Drängen des Volkes wurde am 25. Mai 1784 aber eine neue Loreto-Kapelle eingerichtet, für deren Standort Kaiser Josef II. jenen unteren Teil der Georgs-Kapelle bestimmte, der im Mittelalter dem Kloster als Kapitelsaal gedient hatte. Der mit einem kunstvollen Schmiedeisengitter verschlossene Zugang befindet sich seither in der Südostecke des rechten Schiffes der Augustiner Kirche. Während der Napoleonischen Kriege wurde 1809 die kostbare Silberausstattung der Loreto-Kapelle eingeschmolzen. Auch die meisten anderen Stücke der einst reichen Innendekoration gingen im Laufe der Zeit wieder verloren. Erhalten blieb jedoch ein Stein aus der Santa Casa, den ein Augustiner Mönch 1758 von einem Besuch in Loreto mitgebracht hatte. Dieser Stein wurde nach Abtragung der ursprünglichen Kapelle in die neue Loreto-Kapelle übertragen, wo er sich heute noch befindet. Er trägt die Inschrift, dieser Stein ist aus dem wahren Haar Hausmarier von Loreto hierher übertragen worden. Anno 1758 Verlegung der Herzgruft Im Zuge des Neubaus wurden auch die Herzhurnen aus der alten Herzgruft in die neue Loreto-Kapelle übertragen. Bis zum Bau der heutigen Herzgruft im Jahre 1802 wurden die Herzhurnen in einem versiegelten Kasten aufgehoben. Für die im Laufe der Jahrhunderte entfernten Herzen wurde in der Augustiner Kirche ein eigener Raum eingerichtet. Gleichzeitig wurden drei Herzen, die von Kaiserin Anna, Kaiser Matthias sowie Kaiser Ferdinand II., die zuerst im Königinkloster der Klarissen nächst der kaiserlichen Hofburg beigesetzt gewesen waren, hierher übertragen. Der letzte Habsburger, dessen Herz nach dem alten Hofprotokoll der getrennten Bestattung hier beigesetzt wurde, war Erzherzog Franz Karl. Heutige Nutzung der Kapelle in der Loreto-Kapelle befinden sich heute 54 unterschiedlich gestaltete Urnen mit den Herzen von Angehörigen der Dynastie. Aus der Zeit zwischen 1618 und 1878, darunter die Herzen von insgesamt neun römisch-deutschen und österreichischen Kaisern, lediglich die Herzen Kaiser Ferdinands III. und Kaiser Josefs II. sind nicht hier bestattet. Die Herzgruft der Habsburger ist durch eine eiserne Tür links vom Alter vom übrigen Kapellenraum getrennt. Es handelt sich bei der Herzgruft der Habsburger um einen halbrunden Raum mit kahlen Wänden, in dem die Urnen in zwei Reihen nebeneinander aufgestellt sind. Die meisten Herzurnen bestehen aus Silber, lediglich jene von Kaiser Matthias ist aus Gold gefertigt. Der Herzbecher des Herzogs von Reichstadt ist meist mit einem Band in den Farben der französischen Trikolore geschmückt. Unter der Loreto-Kapelle sind zudem mehrere Geistliche bestattet, die mit der Augustinerkirche verbunden waren. Darunter der am 23. November 1926 verstorbene Jesuit Pater Heinrich Abel. Er war Gründer der Marianischen Kongregation Matera Admirabilis für Kaufleute, welche die Loreto-Kapelle der Augustinerkirche als ihren Versammlungsamt nutzte. Eine Erinnerungstafel an der Außenmauer der Augustinerkirche in der Augustinerstraße 7 weist ebenfalls darauf hin. Die Loreto-Kapelle der Augustinerkirche dient heute als Versammlungs- und Gebetsort der Mönche und als Gottesdienststätte an Wochentagen. Die Herzgruft der Habsburger kann im Rahmen von Führungen besichtigt werden. Habsburger Herzen in der Loreto-Kapelle Aufstellung in der oberen Reihe Erste Kaiserin Anna, Stifterin der Kapuzinergruft, Gemahlen Kaiser Matthians Zweite Kaiser Matthians Dritte Kaiser Ferdinand der Zweite, Vater Kaiser Ferdinands der Dritte Vier König Ferdinand der Vierte, Begründer der Herzgruft in St. Augustin, Sohn Kaiser Ferdinands der Dritte 5. Erzherzog Leopold Wilhelm, Bischof und Feldmarschall, Bruder Kaiser Ferdinands der Dritte Sechste Kaiserin Margareta Theresia, Erste Gemahlen Kaiser Leopolds der Erste 7. Kaiserin Eleonore Mark Allen, 3. Gemahlen Kaiser Ferdinands der Dritte 8. Kurfürstin Maria Antonia von Bayern, Tochter Kaiser Leopolds der Erste 9. Erzherzogin Maria Theresia, Frühverstorbene Tochter Kaiser Leopolds der Erste 10. Erzherzogin Maria Josepha, Unverheiratete Tochter Kaiser Leopolds der Erste 11. Kaiser Leopold der Erste, Sohn Kaiser Ferdinands der Dritte 12. Kaiser Josef der Erste, Sohn Kaiser Leopolds der Erste 13. Kaiser Karl der Sechste, Sohn Kaiser Leopolds der Erste 14. Erzherzogin Maria Elisabeth, Stadthalterin der Niederlande, Tochter Kaiser Leopolds der Erste 15. Erzherzogin Maria Amalia, Frühverstorbene Tochter Kaiser Karls der Sechste 16. Herzogin Maria Anna von Lothringen, Tochter Kaiser Karls der Sechste 17. Kaiserin Elisabeth Christine, Gemahlen Kaiser Karls der Sechste 18. Erzherzog Karl Josef, Sohn Kaiser Franz der Erste 19. Erzherzogin Johanna Gabriela, Tochter Kaiser Franz der Erste 17. Stefans 20. Kaiser Franz der Erste 18. Stefan 21. Kaiserin Maria Theresia, Gemahlen Kaiser Franz der Erste 18. Stefans 22. Erzherzogin Luise Elisabeth, Frühverstorbene Tochter Kaiser Franz der Zweite 23. Kaiserin Maria Ludovica, Gemahlen Kaiser Leopolds der Zweite 25. Erzherzogin Caroline Leopoldine, Frühverstorbene Tochter Kaiser Franz der Zweite 26. Erzherzog Alexander Leopold Palatin von Ungarn, Sohn Kaiser Leopolds der Zweite 27. Erzherzogin Maria Amalia, Frühverstorbene Tochter Kaiser Leopolds der Zweite 28. Erzherzogin Maria Christine, Tochter Kaiser Franz der Erste 28. Stefans 29. Erzherzogin Caroline Luise, Frühverstorbene Tochter Kaiser Franz der Zweite 30. Erzherzog Maximilian Franz, Fürsterzbischof Sohn Kaiser Franz der Erste 29. Stefans 31. Erzherzogin Carolina Ferdinander, Frühverstorbene Tochter Großherzog Ferdinands III von Toskana 32. Erzherzogin Maria Amalia, Tochter Kaiser Franz der Erste 30. Stefans 34. Erzherzog Ferdinand Karl von Österreich Este, Sohn Kaiser Franz der Erste 30. Stefans 35. Kaiserin Maria Theresia Caroline II, Gemahlen Kaiser Franz der Zweite 36. Erzherzog Josef Franz Leopold, Frühverstorbener Sohn Kaiser Franz der Zweite 37. Erzherzog Johann Nepomukal, Frühverstorbener Sohn Kaiser Franz der Zweite 38. Königin Maria Karuena von Sizilien, Tochter Kaiser Franz der Erste Stefans 39. Kaiserin Maria Ludovica III, Gemahlen Kaiser Franz der Zweite 40. Albert Herzog von Sachsen-Teschen, Gemahl der Erzherzogin Maria Christine 41. Erzherzog Rudolf Franz, Frühverstorbener Sohn Erzherzog Karls 42. Frank Herzog von Reichstadt, Sohn Kaiser Napoleons I. 43. Kaiser Franz der Zweite, Sohn Kaiser Leopolds der Zweite 44. Erzherzog Anton Viktor, Hochmeister des Deutschen Ordens, Sohn Kaiser Leopolds II. 45. Erzherzog Karl, Feldmarschall und Sieger von Aspan, Sohn Kaiser Leopolds der Zweite 46. Erzherzog Ferdinand Karl von Österreich Este, Sohn Erzherzog Ferdinand Karls 47. Erzherzog Franz Josef, Frühverstorbener Sohn Erzherzog Karl Ferdinands 48. Erzherzogin Maria Anna, Unverheiratete Tochter Kaiser Franz II. 49. Erzherzogin Hildegard, Gemahlen Erzherzog Albrechts 50. Erzherzog Ludwig Josef, Sohn Kaiser Leopolds II. 51. Großherzogin Maria Anna II. Gemahlen Großherzog Ferdinands III. von Toskana 52. Erzherzogin Mathilde, Tochter Erzherzog Albrechts 53. Kaiser Ferdinand I., Sohn Kaiser Franz II. 54. Erzherzog Franz Karl, Vater Kaiser Franz Josef.